Guten Tag, mein Name ist von Kienle. Im nächsten Monat feiere ich meinen 88. Geburtstag. Aber den größten Teil meines Daseins habe ich ohne Internet verbracht. Aber heute ohne Internet? Kein E-Mail-Verkehr, kein Online-Banking, keine Vereinsarbeit, kein Videofilmen, keine Recherchen bei Wikipedia oder Google. Und spätestens, wenn die Enkel kommen und vom Opa das Passwort für den Internetzugang haben wollen und dann unzufrieden sind, weil es wackelt und zuckelt, ist auch der Opa manchmal unzufrieden, wenn er sich ein 10-Minuten-Filmchen anschaut und dann 15 Minuten da sitzt, weil oft an der entscheidenden Stelle die Übertragung abbricht. Da hilft nur eines, Glasfaseranschluss, aber nicht nur bis zum nächsten Verteilerkasten, sondern Glasfaser bis ins Haus.